und somit herzlich willkommen zurück zu wasser war gut ja wie ihr links um seht ich habe nur noch 2000 euro ich habe leider fehler gebaut ich habe letzte folge meine letzte folge aufgenommen gehabt die mein recht kämpfe hier schon und habe vergessen das mikrofon einzustecken war natürlich super genial was er gemacht habe jetzt bis dahin aber auf einfach gespielt deswegen das wenige geld und wir werden jetzt aber direkt wieder weiter loslegen im expertenmodus und zwar erst mal hier dass ich wasser mit unserer vor muster zwei strecken silfanzisco 16.000 hoch 37.500 euro mit diesem auto natürlich jetzt auf experte profi fester kopfkamera verhilfe natürlich was wir drin so wie es ist und schon erhöhen den ruf auf 30.000 sehr schön abzubrennen und jetzt muss ich mal schauen was ich so erzähle auf jeden fall ich schon mal danke an meinen großen bruder der hat jetzt da ein bisschen ja wir werden natürlich fleißig mit die videos finden die videos super geil finde ich natürlich auch geil deswegen hier gibt es wie auch ein paar parts und ich kann euch ein bisschen was erzählen von den letzten folgen erzählt hatte es ist ja so ich spiele jetzt größte als spieler mit der maus das habt ihr schon gemerkt dass es ist wo auch bei uns zum beispiel daraus das spielspiel ich auch mit der maus zu zweites grad und fahrt aber relativ gut eigentlich das ist aber so es gibt die möglichkeit über ja wegen bei konservativen möglichkeit über die microsoft connect für xbox hatte xbox 360 und xbox one gibt es die möglichkeit über connect hat der mimik spiel zu steuern werde ich versuchen und ich werde es mir beworben im laufwert des monats ich habe jetzt ja überhaupt falls ihr verrückt werde ich mir sorgen werde es testen muss mich leider auch mit Windows 8 1 schon fragen dann weil die software läuft dann wird das hier nicht leider aber das soll ich eure probleme das ist mein problem und eventuell gibt es dann so sachen wie minecraft wird wahrscheinlich definitiv kommen wann und wie weiß ich noch nicht ob wir Modpack nehmen oder normalen Vanilla zocken also das weiß ich nicht also wir wahrscheinlich ich das war's mit dem wir also eins nicht eigentlich ich als einzelperson werde spiel und sonst gibt es natürlich noch größere Titel als er zu spielen die ich auch mitspielen würde also was zum beispiel ein großes Ding würde wäre Skyrim komplett mit Addons alle fest durch das wäre eine Möglichkeit die ich selber gerne spielen würde war so ich hatte das auch beim alten Kanal konnte das aber wegen der schlechten Motorik nicht mehr machen was ja etwas schade war aber vielleicht habe ich jetzt so die Möglichkeit das wieder zu spielen und viele andere die Plauder genau das ist nur der Stand der Dinge und es wird vielleicht von mir auch einen einzelnen Kanal geben aber lasst das ja lieber sein nicht auf dem Kanal lieber sein weil im Endeffekt das ist unser Gruppenkanal bei der Kumpel zusammen mit mir und deswegen mein eigener Kanal ist mein eigener Kanal und der Kett hier auf Endeffekt nichts betreiben äh gut und was ich natürlich noch von euch haben möchte wäre super ich habe erzählt das letzte Folge dass ich am Rollstuhl sitze dass ich äh vielleicht glaube ich am Rollstuhl sitze nicht aber ich bin überhaupt mit und und spieler trotzdem ist es zwar nicht fair wenn ich körperlich einschränkt wird aber mir wird es geht und es ist aber so dass ich ja mit dem Rollstuhl sitze und ihr wisst ja eigentlich nicht warum ich habe gesagt ich habe muss schon schon falls ihr was wissen würdet oder was was wissen wollt schreibt sie die Kommentare ich werde es gerne beantworten weil das ihr da ein bisschen besseres mitbekommt das ist mir natürlich auch sehr wichtig dass ihr mich besser kennenlernt und im Endeffekt den Mensch hinter dem hinter dem hinter dem Video schätzt und nicht jetzt irgendwie nur weil die jetzt spiele bin ich gut drauf deswegen sage ich das und auch andere Dinge wenn die zum Beispiel die wir ansprechen sollen habe ich ansprechen sollen schreibt die Kommentare ich werde schauen dass ich die beantworten hier im Video ob es direkt im nächsten Video ist weiß ich nicht weil ich nehme die Videos immer ein bisschen den Voraus auf ich schaue dass die Zeit da geht aber ist ja natürlich so dass ich ja unsere Woche arbeite und man ist nicht so die Zeit habe ich ja ich habe jetzt ca. eine Stunde Zeit zum Aufnehmen dann muss ich rendern ist nicht so viel zumal Grit ja echt also ich habe jetzt in der Früh die Folge gerendert für gestern und für die Folge heute die jetzt rauskommt wo daraus kommt ist schon vor fast Stunden vor einer halb so zu sagen und wir haben es selbst geschafft erst mal hier ist der Platz gut gemacht wir fangen gleich weiter und auf jeden Fall ist es halt einfach so dass ja ich habe vergessen was ich sagen wollte sehen hier Leute ich bin nicht mehr bei der Sache pass auf Kinder auf er ist in der Tabelle direkt hinter dir ja ich glaube ich war dabei als sie erzählt dass ihr schreiben könnt was ihr wollt ich mich darum kümmern werde aber so wenn ich von der Zeit da ein bisschen ja im Verzug kommt vielleicht aber das würde man dann sehen also oder würdet ihr in dem Fall dann sehen würde das nichts machen hier das würdet ihr auf jeden Fall sehen das würdet ihr auf jeden Fall sehen hab ich mit völligem Bullshit zu sagen aber das soll es nicht einfach stellen genau wie gesagt Frage stellt sie ich beantworte sie werde mich jetzt auch ein bisschen mal den Themen einlesen damit wir da vielleicht im Video ein bisschen überquatschen können weil die Rennen werden auf Dauer sehr lang werden und da brauchen wir natürlich einen Stoff über den wir quatschen können weil ich kann jetzt nicht da auch von mir erzählen das wäre ein Blödsinn und vor allem wenn ich das jetzt das Video oder das Projekt über knapp 100 Videos durchzuwert haben dann wird es halt ein bisschen blöd ich glaube zu mir quatschen deswegen würde ich mich da ein bisschen einklicken beim Tobi das Thema das Video mit Charlie Hebdo und Antiphegien erzeugst aber da kann ich mich selbst so wie ich ausmöchtet da im Endeffekt keinen Scheiß erzählen deswegen lass ich das mal ich kann nur da anknüpfen was Tobi sagt ja schaut dass ihr ja wenn ihr irgendwas anstellt denkt nach und ja genau denkt nach was ihr tut dass sowas vermieden wird und klar ist das scheiße dazu zwei heiligster zu Jalito ein gerateter ja um sich geballert haben und einige Leute mitgenommen haben und das sollte finde ich im 21. Jahrhundert auch nicht mehr sein sowas 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 geht nicht und wie gesagt das ist äh es ist Satire egal wie das gemeint ist auf jeden Fall ist Satire nicht damit da um ernst genommen zu werden das ist halt das ist halt im Endeffekt der Punkt der da halt echt krass ist und ja mehr kann ich dazu gar nicht sagen ich hab mir nur gestern das Video von Tobi selbst angeschaut und ja ja ist nicht gut sowas gut ich werde zunächst äh ja sobald wir 100.000 Euro habe werde ich mir den Lister holen in den Listern geht ja ja genau weil der vom Händigen sehr sehr gut ist vor allem besser als dieser ja von Mustag ist vergeilt sind vom äh ja vom Federn her ist echt super aber später ist es dann damit echt schwer und ich werde dann nachher noch mit äh mit meinem Skyland diese Probleme haben und ihr seht es jetzt es ist nicht so richtig schwer also ja aber schwerer kann ich leider nicht machen das geht nicht ausprogrammierte die wir geben würde weiß ich nicht aber das ja da kenne ich mich nicht aus und müssen aber schauen dass wir bald einen Teampartner bekommen der mitfährt das ist super 30.000 perfekt gut gut gemacht Patrick hervorragende Fahrleistung das gibt eine ordentliche Finanzspritze 9.000 und die ersten Sponsoren super wir haben unseren ersten Sponsoren deal ich war so frei den Wagen damit auszustatten wir verdienen jedes mal Geld wenn wir ihre Ziele erfüllen du kannst dich ab sofort selbst um das Sponsoring kümmern je höher du steigst desto bessere Angebote erhalten wir von immer besseren Firmen ich gebe dir Bescheid wenn neue kommen ok wunderbar wir setzen erstmal alle Sponsoren rein dann haben wir jetzt Lucas Oil, APS und die Firma Double Red mit dem werden wir jetzt weiter fahren in Europa machen dort auch mal die Klassik Muscle Cup es gibt 30.000 ist perfekt genau jetzt hab ich Depp bloß grad nicht auf die Uhr geschaut jetzt habt ihr wieder Glück und die Folge wird etwas länger das heißt ab jetzt 10 Minuten wenn ich dann war dran bin dann haben wir verarscht aber ich denke mal das wird dem länger jetzt sein aber wie gesagt ich hab gesagt 20 bis 25 Minuten ist ja ok halbe Stunde ja geht auch noch möchte ich aber nicht zu gewohnt werden lassen wenn da die Watchtel zu wichtig ist also Watchtel ist die Zeit die hier auf dem Video bleibt gibt Leute die wie das ganze schon es gibt auch Leute die die Videos zum Teil schauen und statistisch gesehen ist es eben so dass ja ungefähr nach 20 Minuten der große Teil der User äh äh ausschaltet ausschaltet und im Endeffekt äh der User ausschaltet äh äh ausschaltet aber dann ist es natürlich blöd für mich wenn ich da dann nur für 2-3 Leute Videos mache oder für 2-3 Minuten die Videos mache die dann nur 2-3 Leute anschauen ist natürlich im Dorf ich würd's euch gönnen aber es ist halt im Endeffekt äh ja für mich ausgeschließende Zeit so muss man einfach mal sagen es ist nicht schön zu sagen aber es ist halt so wir haben alle die Mustards zu dritt sind ja das ist gerade wichtig ist auch aber wir kommen wir sind definitiv besser dran weil wir fahren und keine KI ja das wird so bleiben ich sag mal der ist auch vor allem das Platz 1 also Fahrrad haben wir Platz 1 der ist natürlich die aber so zu schummeln aber wir lassen den nicht schummeln weil wir die Oberart haben wir müssen jetzt bloß schauen dass wir also ohne Schaden durchkommen weil ich hab's letztes mal gesehen mit dem Königseck das war ein bisschen peinlich ich hätte mir kein Konto wieder hinter uns ja ist wieder vor uns jetzt müssen wir uns schauen dass wir auf jeden Fall dritte Runde den Typen nicht mehr durchlassen dann haben wir die Möglichkeit über kurven ne jetzt kriegen wir das zu schnell für uns bin ich schon dran ey ausgelucht hat kann ich schon lange ok wir begeben uns in den Endspurt so gut beide haben wir ein bisschen abgehängt vielleicht sind die beiden auch so gut da halten sich gegenseitig auf das wäre für mich jetzt der super Fall sieht sogar so aus da kommt noch keiner muss immer auf die Karte achten sonst sind wir schnell im ersten Platz los 130 mpa fällt mir gerade auf ich hab das glaube ich am Anfang umgestellt mach ich gleich nochmal na wie sind wir in Deutschland super gemacht das war eine knappe Angelegenheit perfekt dann haben wir da jetzt zweite Rennen was wir hinterher werfen können Zockermania Platz 3 ja die haben natürlich jetzt einen Bonus durch die Fahrer sie haben Fahrer mehr ein Fahrer würde auf Platz 2 20 Punkte mehr bringen beziehungsweise 18 glaube ich müssen wir mal abwarten bis wir halt da jemanden haben den wir anstellen können wir fangen wieder als Leute an letzte Folge auch an die Wand hinten aber wenn ich eins hasse ist es wenn wir dort ausgebremst werden das finde ich das ist was für asozial eigentlich müsste ich bremsen aber teilweise kann ich so stark gar nicht bremsen wie es viele tun ja sieht das ist furchtbar ich hab ein bisschen Chaos gesorgt ok du hast dich auf den nächsten Platz vor geschoben nee ich würde sagen 5 ok wieder die beiden Daten bekenntnis vor uns und ricks gott soll wir abhängen ich verstehe ich die haben selber Auto wie wir sie sind aber schneller raven west raven west bitte ja raven west bitte ja raven west raven west raven west und da ist der Huckel des Weisels und da ist der Huckel des Weisels die letzte da hat es nicht in der vorherige Aufnahme zerlegt so und da ist wieder genau dasselbe wir haben nicht die Möglichkeit nach den beiden vorbeizuziehen wenn sie wenn sie auf dem Garten sind das geht nicht wir können nur die Möglichkeit Kurven enger zu nehmen wie sie sie gegebenfalls wie hier abzudrängen dann haben wir auch keine Probleme das war in dem Fall David McKay schau'n der Clay jetzt so heißt da ich bin ein bisschen doof ich bin ein bisschen doof was sowas an lang so Platz 2 und der andere Typ hängt es auch am Arsch hier mit der Mr. McCain Pommes und ja Leute ich weiß dass man nicht man nicht kennt Pommes dass man die anderen schreibt Entschuldigung Entschuldigung ich hab ein bisschen lauter geworden wird aber das das gibt es doch nicht komm geh weg Mr. Wigscott ja das ist doch was zu bleiben jetzt so ok letzte Körbe letzte gerade die Beschleunigung haben die beiden auch nicht was sie jetzt irgendwie haben kommt es geht nicht ne keine Chance mit dem rennen sie mal fertig dann würde ich mal sagen gucken wir uns jetzt die neuen Sponsoren auf die wir jetzt bekommen das sind in dem Fall die von dort jetzt sag mal wir haben die 100.000er Marke 100.000 genau wir haben einmal Collins Bildstein und die anderen muss ich schauen denkst du nicht wir sollten Verträge mit neuen Sponsoren schließen die mehr Geld einbringen bin ich dabei so haben wir jetzt Bildstein Collins Performance und Arlen S genau machen wir am besten auf weiß Moment äh oh tue ich zu sehen ok wir dann passt das ja gut dann würde ich mal sagen schauen wir das nächste Mal mal kurz ein Profi Talk wir können mal schauen was der ja der wie heißt er der das was gerne kostet der sie ja uns leid du besitzt keine wahl in japan na gut danke ich hoffe euch hat die folge gefallen sie war auf das reich und ja würde ich sagen sehen wir uns ähm mit noch bei dieser folge hier und seht es dann auf einer wieder wenn es wieder heißt und bis zum nächsten mal tschüss bis nach bis zum nächsten mal tschüss tschüss bis zum nächsten mal tschüss